Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Verkehrsunfalls können die Linien 16, 17 und 18 die Haltestelle Hauptbahnhof im Moment nicht anfahren. Bitte fahren Sie mit der U-Bahn Linie 2 oder 4 bis zum Marktplatz. Dort können Sie in die Straßenbahn umsteigen und normal weiterfahren. Ich wiederhole, die Straßenbahnen Nummer 16, 17 und 18 halten im Moment nicht am Hauptbahnhof. Bitte nutzen Sie die U-Bahn Linie 2 oder 4, fahren Sie bis zum Marktplatz und steigen Sie dort in die Straßenbahn um. Achtung, hier eine Durchsage für die Passagiere nach Nürnberg. Der Regionalexpress um 17.11 Uhr fällt wegen einer technischen Störung leider aus. Ihre nächste Verbindung nach Nürnberg ist der ICE 526 um 17.44 Uhr von Gleis 23. Ihre Fahrkarten sind ohne Aufpreis gültig. Wir danken für Ihr Verständnis. 3. Im Zug Wir begrüßen Sie im ICE 526 nach Dortmund. Unser nächster Halt ist Nürnberg. Das Bordrestaurant befindet sich in der Mitte des Zuges zwischen der ersten und der zweiten Klasse. Dort begrüßen Sie Marcel Lewandowski und sein Team zu den österreichischen Wochen. Lassen Sie sich überraschen. Unser mobiles Serviceteam bringt Ihnen gern auch kalte und warme Getränke an den Platz. Wir wünschen gute Fahrt. Verehrte Fahrgäste der Linie 46, der nächste Bus fährt heute außerplanmäßig nur bis zur U-Bahn-Haltestelle Mögeldorf. Fahrgäste mit dem Ziel Tiergarten fahren bitte bis zur Haltestelle Mögeldorf und nehmen von dort die Straßenbahnlinie 5. Wir bitten um Ihr Verständnis.